Manchmal, da schrauben wir stundenlang an einem einzigen Song rum. So lange, bis jedes Teilchen seinen Platz gefunden hat. Ich habe schon als kleines Mädchen immer gerne im Baumarkt gespielt. Deswegen habe ich ja dann auch Saxophon gelernt. Wisst ihr eigentlich, wie viele Schrauben so ein Saxophon hat? Schrauben verbinden. Genau wie die Musik. Und darum haben wir uns dann für die Schraubenabteilung entschieden. Ich habe auch die Musik. Ich habe auch die Musik. Ich habe dann auch die Musik. Ich kann sie aus dem Baumarkt gespielt. Entschuldigung. Musik 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 Vielen Dank.